Heute geht es um Socket.io. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es ein Video zu Socket.io. Hierzu zwei Infos. Das ist in der letzten Zeit nicht ganz so klar geworden. Dem einen oder anderen habe ich es in den Kommentaren oder auf Discord schon gesagt. Unten in den Thumbnails, beziehungsweise wenn ihr Thumbnails von mir seht, sind dort zu Punkte. Diese Punkte geben die Schwierigkeit an, die ich schätze, wie schwer ein Video ist, beziehungsweise wie viel Erfahrung für ein Video gebraucht wird. Wie ihr seht, ist dieses Video hier fast die höchste Stufe, weil Socket.io, beziehungsweise das, was wir heute machen, relativ komplex ist und schon eine Menge Vorwissen voraussetzt. Was heißt, dieses Video ist für jeden, der gerade mit JavaScript und so weiter anfängt, vielleicht nicht das Richtige. Für jeden, der JavaScript kennt und weiß, wie Funktionen aufgebaut sind, der weiß, wie CSS funktioniert, wie das alles zusammenwirkt und so weiter, der wird diesem Video euch ohne Probleme folgen können. Was heißt für die Zukunft, guckt vorher auf die Thumbnails, bevor ihr schreibt, hey, das Video ist ein bisschen schwer, das wird alles relativ schnell übersprungen oder ich überspringe bestimmte Steps. Das liegt daran, weil ich auch Videos machen möchte, die für Leute sind, die schon wissen, wie alles funktioniert. Was heißt, die wissen, wie JavaScript und CSS zusammenwirkt, wie praktisch Dateien eingebunden werden, wie bestimmte Effekte entstehen und so weiter, die wirklich nur noch gezielte bestimmte Elemente wissen möchten, verstehen möchten, wie jetzt beispielsweise Socket.io. Deswegen das vorneweg. Das nächste ist Socket.io. ist, wie gesagt, ein relativ schweres Video. Für jeden, der JavaScript kann nicht wirklich, es ist ein sehr leichtes Framework. Allerdings macht es viel Spaß, damit zu arbeiten. Und zwar werden wir heute einen kleinen Chat damit bauen. Das ist nicht wirklich schwer, geht relativ schnell, wie ihr an der Länge des Videos seht. Und ja, damit legen wir direkt los. Deswegen, auf geht's, viel Spaß. So, los geht's mit dem heutigen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Socket.io. Socket.io ist eins der mächtigsten Tools, die ich bisher verwendet habe. Und es ist eine Realtime-Engine, was einem ermöglicht, sehr, sehr schnell Kommunikation zwischen vielen Clients, einem Server oder verschiedenen Servern und vielen verschiedenen Clients zu ermöglichen. Das Ganze ist nachrichtenbasiert. Was heißt, man sagt einfach zum Beispiel als Client dem Server, hey, ich habe connected oder hey, ich habe disconnected oder hey, ich möchte diese Funktion auslösen. Und der Server macht das oder halt andersrum. Was heißt, es ist einfach wie, in Klammern, ein Gespräch zwischen zwei Personen, also zwischen dem Server und dem Client. Und wir werden jetzt sehr einfach eine kleine Chat-Applikation bauen. Das Ganze ist für jeden, der fortgeschritten ist, kein wirkliches Problem. Für jeden, der mit JavaScript, mit Node.js, mit CSS, HTML und so weiter gerade erst anfängt, ist dieses Video, wie schon zu Beginn gesagt, vielleicht eher nicht so gut geeignet. Grundsätzlich alle Dokumentationen findet ihr bei Socket.io. Das ist die Webseite, die ihr gerade seht. Hier einfach mal ein bisschen rumgucken. Hier oben bei Learn findet sich auch beispielsweise unter Demos oder Get Started viel von dem Code, den wir gleich bauen werden. Ich werde den einfach ein bisschen noch darauf eingehen, sodass es vielleicht ein bisschen verständlicher wird. Aber ich würde behaupten, jeder, der ein bisschen Ahnung von JavaScript hat, wird sich in fünf Minuten einlesen können und Socket.io verwenden können für sein Projekt. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr mächtig und macht viel Spaß. Kurz gesagt, wie gerade eben erwähnt, unter der Videobeschreibung alles Wichtige verlinkt. Ich erkläre jetzt mal eben unsere Umgebung, mit der wir heute arbeiten werden. So, und zwar ist das Ganze noch relativ, ja, unübersichtlich, beziehungsweise relativ übersichtlich. Und das werden wir jetzt ändern. Nämlich als erstes machen wir eine Package.js, weil wir haben eine ganz normale Node-App, die wir bauen werden. Und in dieser Package.js, in dieser Package.json, tut mir leid, brauchen wir jetzt zwei neue Frameworks, die wir hinzufügen müssen. Nämlich einmal npm install, minus, minus save und dann express. Und das andere, was wir hinzufügen müssen, ist nämlich npm install, minus, minus save, Socket.io. Was heißt, diese beiden Frameworks brauchen wir, müssen wir hinzufügen. Das Ganze steht auch unten in der Videobeschreibung oder in den Documentaries. Und das Ganze müsste dann so aus sein. Ganz wichtig ist bei Express die Version 4.1.5.2, damit das Ganze funktioniert. Und wenn ihr das Ganze so habt, dann könnt ihr damit schon eine ganze Menge machen. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Index.js und eine Index.html. Mehr brauchen wir nämlich nicht. Und das Ganze sieht dann in unserer Umgebung im Prinzip einfach so aus. Was heißt, wir haben hier an der Seite einmal halt unsere Index.html, dann natürlich den Node-Modules-Ordner, die Package-Log, die ja komplett egal ist, und dann die Package.json. Was heißt, mehr brauchen wir nicht. Was heißt, wir arbeiten wirklich nur mit diesen drei Dateien. Und wie ihr seht, haben wir in der Index.js schon einiges hinzugefügt, nämlich einmal unsere App sozusagen, dann unseren HTML, also unseren kleinen Web-Server, den wir hosten, und dann unsere I.O. Was heißt, der Web-Server ist standardmäßig in Node drin, da müsst ihr nicht sonderlich viel machen. Und das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir sagen, wenn wir unsere JavaScript, also unser Index.js starten, dann soll etwas passieren. Und zwar soll er einfach auf einen bestimmten Port, nämlich den Port 3000, hören. Also er soll starten, mehr oder weniger, und einfach sagen, okay, ich höre jetzt den Port 3000 zu, und deswegen fügen wir jetzt hier einen Console-Log rein, mit Server gestartet, listening on localhost 3000. Das Ganze speichern wir jetzt und sagen hier unten Node und dann einfach Index.js. Wenn wir das Ganze jetzt starten, sehen wir hier Server gestartet, und wenn ich jetzt hier unsere beiden Instanzen aktualisiere, sehen wir, okay, es ist ein Server da, allerdings findet er noch nichts, wo er drauf verlinken könnte. Und das brauchen wir jetzt als erstes, und zwar sagen wir jetzt, okay, wenn der Server gestartet ist, dann soll etwas unter dem Link Slash einfach passieren. In dem Moment wollen wir jetzt erstmal einfach nur etwas ausgeben, um zu kontrollieren, okay, es passiert auch wirklich was. Und was wir ausgeben wollen, ist im Prinzip nur nach 1. Was heißt, wir sagen, okay, sende dem Client einfach in dem Moment, wo er sich connectet, nach 1 mit Hello World zurück. Das Ganze speichern wir, müssen die neu starten natürlich. Ich aktualisiere, wir kriegen Hello World. Was heißt, wir haben schon mal einen kleinen Web-Server gehostet in einigen Sekunden, und das Ganze funktioniert. Allerdings unseren gesamten Quelltext über nach 1 zu verschicken, ist nicht so clever. Was heißt, wir wollen das Ganze ein bisschen optimieren, sage ich mal, und sagen, wir wollen das Ganze auf eine Index.html verlinken. Was heißt, wir haben ja hier unsere Index.html, da steht aktuell nichts drin. Ich schreibe jetzt mal ASD rein, beende das, starte unseren Server neu, aktualisiere, und ihr seht hier, das, was ich gerade in den Index geschrieben habe, wird jetzt unseren Clients geliefert. Natürlich kann man das Ganze jetzt ein bisschen ausschmücken, was wir da absolut auch machen werden. Und zwar als erstes kopieren wir in unserer Index.html einen gewaltigen Block CSS rein. Der ist komplett irrelevant für dieses Tutorial, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Hat einfach damit zu tun, wie ich gleich den Chat style. Jeder, der dieses Video guckt, sollte das ohne Probleme nachvollziehen können. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen zwei kleine Frameworks verlinken, nämlich einmal Socket.io und jQuery, beziehungsweise jQuery verlinke ich einfach nur, weil ich gerade nicht mit Angular arbeite. Ich werde noch eine komplette Reihe mit Socket.io und Angular machen, wo wir einen richtig komplexen Chat bauen. Allerdings werde ich dann darauf nochmal eingehen. Hier macht es gerade die Sache ein bisschen einfacher. Und wir fügen zusätzlich noch einen Bodypart hinzu natürlich. Ups, so, jetzt haben wir unseren Bodypart zu viel. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Allerdings müssen wir noch eine weitere Sache machen. Und zwar fügen wir jetzt noch ein Skriptpart hinzu und sagen, wenn das Ganze, also der Server mehr oder weniger gestartet ist, dann soll etwas passieren. Und zwar sollen wir dann hier mit Function, wenn alles geladen ist, unseren Socket aktualisieren. Was heißt, wir starten hier eine Instanz unseres Socket und sagen, das hier ist ein Client für unseren Socket.io Server. Und damit können wir jetzt schon eine ganze Menge machen, weil ich das Ganze jetzt nämlich einmal beende hier unten und neu starte und hier aktualisiere. Dann wird das ganze Fenster jetzt schwarz. Man sieht jetzt erstmal nicht sonderlich viel, weil wir haben noch nichts, was wir darstellen können. Das Erste, was wir jetzt darstellen wollen, ist einfach, wenn sich ein User einloggt bzw. ausloggt. Hierzu machen wir jetzt in unserer Index.html eine Liste, einfach eine unordered List mit der ID Messages. In Messages soll etwas passieren, wenn sich jemand einloggt. Was heißt, wie können wir dafür sorgen, dass alle unsere Clients wissen, es kam gerade jemand Neues hinzu. Jemand ist unserem Server gejoint und das funktioniert mit der sogenannten nachrichtenbasierten Kommunikation. Was heißt, unser Server soll etwas machen, in dem Moment, wenn eine Connection erstellt wird, also einfach mit I.O. on. Das heißt, als I.O. haben wir hier oben Socket.io definiert. Deswegen können wir unter der Variable I.O. darauf zugreifen mit der Funktion on und dann Connection. Was heißt, das heißt einfach Connection. Das ist ein standardisierter Befehl. Ihr könnt hier aber, sehen wir auch gleich noch, jede x-beliebige Art von Nachrichten verschicken. Und zwar, wenn ein User sich connectet, dann soll er uns erstmal einen Console-Log in unserem Server-Log ausgeben. Ein neuer Nutzer hat den Server betreten und er soll ein Emit senden. Was heißt, er soll ein Emit an alle Events senden. Was heißt, I.O. Emit User Join und zwar an alle. Schickt das Ding raus, es muss an alle rausgehen, sodass jeder weiß, es ist ein neuer User gejoint. Allerdings hilft uns das noch nicht, weil hier auf der Seite des Clients muss darauf gehört werden, wenn etwas passiert. Was heißt, in dem Moment, wo sich eine Verbindung aufbaut, schickt unser Client eine Nachricht mit Connection automatisch an unseren Server. Unser Server hört auf Connection und führt dann diese Funktion hier aus. Und übermittelt an alle User, hier for everyone, eine Nachricht mit User Join. Was heißt, unser Client muss ebenfalls darauf hören, wenn ein User Join kommt. Und das kopiere ich mir jetzt einfach mal hier rein. Und zwar sage, okay, Socket on User Join. Was heißt, wenn er die Nachricht erhält, ein Nutzer ist gejoint. Dann soll er uns einfach in Messages, also in unserer Unordered List, ein neues L-Element mit der Klasse New User erstellen mit dem Text Nutzer ist dem Server gejoint. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab, starte den Server neu, aktualisiere und ihr seht schon hier, ein neuer Nutzer ist gejoint, ein neuer Nutzer ist gejoint und hier unten kam das ein zweites Mal. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise das ganze Ding dupliziere, haben wir drei Leute, die gerade unserem Server gejoint sind und wenn ich das Ganze verlasse, passiert erstmal noch nichts. Wir müssen nämlich jetzt nur dafür sorgen, dass wir das Ganze kopieren. Was heißt, nicht nur wenn ein User Join soll etwas passieren, sondern auch in dem Moment, wenn ein User leave, also User leave und dann haben wir hier unten einfach mit User left. Was heißt, wir stellen das einfach farblich anders dar und natürlich müssen wir, nachdem wir das gespeichert haben, das Ganze auch noch auf unserer Server-Seite ein bisschen erweitern. Und zwar sagen wir in unserer Connection-Funktion in dem Moment, wo ein Nutzer disconnectet, weil das ist wieder eine standardisierte Nachricht, die gesendet wird, wenn ein Nutzer eine Instanz schließt. Dann soll er uns erstmal hier wieder ein Console-Log in unserer Console ausgeben und er soll wieder eine Nachricht an alle Clients rausschicken mit User leave. Was heißt, das Ganze speichern wir jetzt, aktualisieren, starten neu, haben jetzt hier unsere beiden Nutzer, die sich automatisch wieder verbunden haben. Ich kann das Ganze auch neu laden und sieht das ein bisschen sauberer aus und hier oben seht ihr es schon, wenn ich jetzt eine neue Instanz öffne, dann seht ihr, okay, es ist ein neuer Nutzer gejoint. Wenn ich das jetzt schließe, dann seht ihr, dass beide anderen Instanzen die Nachricht bekommen haben, ein Nutzer hat den Server verlassen. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch schon eine kleine Kommunikation zwischen einem Server und zwei Clients oder mehreren Clients. Aber wir wollen natürlich dafür sorgen, dass erstmal alle Events zu allen Clients versendet werden. Das machen wir mit to emit some event for everyone. Damit verschicken wir jetzt Nachrichten an alle möglichen und wir wollen jetzt dafür sorgen, dass wenn wir eine Nachricht schreiben, soll die an alle verschickt werden. Dafür müssen wir erstmal ein Formular haben, mit dem wir Nachrichten schreiben können. Das Ganze ziemlich simpel, einfach hier unten reingeschrieben mit einem Formular mit Action None und einem Inputfeld mit der ID M und Autocomplete Off mit dem Button Send. Was heißt, wir haben jetzt ein kleines Mini-Formularfeld sozusagen, das wir jetzt hier oben noch ein bisschen erweitern müssen. Und zwar sagen wir, okay, wenn das Formular abgeschickt wird, dann soll er etwas machen. Und zwar soll er als erstes verhindern, dass unser Formular die Seite verlinkt. Was heißt, wenn ich jetzt auf den Sendenband drungen würde, würde unsere Seite verlassen werden. Das wollen wir nicht. Das verhindern wir einfach mit ePreventDefault. Was heißt, verlinke ihn nicht auf eine neue Seite. Das nächste, was er machen soll, ist, okay, unser Socket soll eine Nachricht senden. Und zwar eine Chat-Message soll an den Server rausgehen. Und hier steht einfach nur der Inhalt unseres Inputfelds, das wir hier unten definiert haben, soll an den Server geschickt werden. Danach soll er das Server, also das Inputfeld, wieder auf 0 setzen und return false, damit das Event an sich beendet wird. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert erstmal nicht sonderlich viel, weil wir haben noch nichts, worauf unser Server hören könnte. Was heißt, wir sagen jetzt hier wieder, on Connection, also wenn eine Connection existiert, sonst nicht, weil sonst ist es sinnlos, darauf zu hören. Dann soll er darauf achten, okay, kommt die Nachricht Chat-Message. Wenn eine Nachricht von einem Nutzer gesendet wird, dann soll etwas passieren. Und zwar soll er erstmal uns einfach mitteilen, okay, unser Nutzer hat eine Nachricht geschrieben oder irgendein Nutzer hat irgendeine Nachricht geschrieben. Und er soll natürlich ein Event raushauen. Und zwar soll er Chat-Message raushauen mit der Nachricht. Was heißt, die Nachricht wird hier mitgeführt und hier übergeben und wird an alle weitergeleitet. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und in unsere Index gehe, dann müssen wir hier jetzt auf Chat-Message hören. Was heißt, wir fügen das zwar hinzu, allerdings wollen wir jetzt darauf hören, dass wenn es zurückkommt, das Event, dann sollen wir etwas machen. Und zwar sagen wir hier drüber, damit wir auch eine Ordnung haben, sagen wir on Chat-Message. Was heißt, wenn er diese Nachricht erhält, dann soll er uns mit Messages, also wieder in unserer Unordered-List, einen neuen LI-Punkt erstellen mit dem Text, der übermittelt wird. Was heißt, wir übergeben hier hier permanent den Text, mehr oder weniger, den wir hier am Anfang aus unserem Input-Feld ziehen. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, aktualisiere, neu starte, diese beiden mal neu starte, sehen wir jetzt, wir haben unsere Input-Felder. Und ich kann jetzt hier Hallo reinschreiben und Hallo ist unten bei dem anderen Feld hinzugekommen. Und so können wir jetzt mehr oder weniger einfach miteinander chatten, beziehungsweise ich kann mit mir selbst chatten. Und wie ihr seht, Echtzeitkommunikation ist nicht wirklich ein Hetzenwerk, ist ziemlich einfach für alle, die schon etwas erfahrener mit JavaScript sind. Ich finde, es bietet eine unfassbare Möglichkeitenvielfalt für alle möglichen Applikationen und damit kann man halt wirklich, wirklich coole Sachen machen. Und ja, tobt euch einfach aus, schreibt auch meine Videokommentare, was ihr damit gerne machen würdet. Und wie gesagt, es wird bald, da arbeite ich gerade dran, ein richtig aufwendiges Socket.io und Angular-Tutorial geben, was über mehrere, wahrscheinlich zehn Folgen haben wird, mit jeweils fast 40 Minuten. Das wird richtig aufwendig und wo wir im Prinzip ein Chat bauen mit allen Details, mit richtiger Kommunikation, mit eventuell Datenbankspeicherung und so weiter und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, ja, das werden wir machen. Das war ein kleiner Vorgeschmack und das war's. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Schreibt doch einfach mal, was ihr mit Socket.io gerne machen würdet oder ob ihr Bock darauf hättet, wenn wir ein wirklich komplexes Angular-basiertes Socket.io-Tutorial machen, wo man wirklich ein Chat baut mit Accounts beispielsweise, wo man Freunde einer Freundschaftsliste hinzufügen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, einen wirklich komplexen Chat. Das Ganze wäre dann ein Video, was ich, wie schon gesagt, auf mehrere Videos aufteile. Ich konzipiere es gerade und ich überlege, ob ich es wirklich aufnehme oder ob ich es erstmal so nach hinten schiebe. Das würde ich gerne davon abhängig machen, wie viele Leute unter die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.